Hallo liebe Nähfreunde! In diesem Video möchte ich gern mit euch eine Boxershorts aus Jersey für Männer nähen. Damit werde ich euch zwei Nähvarianten für den Bund zeigen. Die eine hat ein angesetztes, dekoratives, breites Gummiband, die andere einen Tunnel, in den ein schmaler Gummi eingezogen wird. Gleich geht's los! Die Boxershorts ist klassisch geschnitten. An der Vorderseite hat sie einen Einsatz und auf der Rückseite ist sie ohne störende Naht. Zudem ist sie ein prima Nähprojekt, um Jerseystoffreste zu verwerten. Das Schnittmuster für die Unterhose in vielen Größen bekommt ihr hier unter dem eingeblendeten Link oder ihr klickt oben auf die Infokarte. Hier habe ich die Schnittteile für meine Boxershorts schon einmal vorbereitet. Wir benötigen einmal das Hosenteil, welches im Bruch zugeschnitten wird. Dann den Einsatz, der für die Außenseite aus zwei Teilen besteht und für die Innenseite mit einem Abnäher genäht wird. Und hier ist noch der Zwickel. Für die Variante mit angesetztem Gummiband brauchen wir vier Zentimeter breites, weiches Velourgummi. Wenn ihr die Shorts stattdessen mit einem Tunnelbund nähen wollt, dann sind die Schnittteile hier etwas höher und ihr braucht stattdessen zwei Zentimeter breites Gummiband. Zum Nähen verwende ich jetzt hauptsächlich meine Overlockmaschine. Ihr könnt die Shorts aber auch mit eurer Nähmaschine und einem elastischen Stich nähen. Tipps und Tricks hierfür findet ihr in diesem Nähvideo. Und nun beginnen wir und bereiten als erstes den Einsatz vor. Dafür legen wir die beiden Teile für die Außenseite rechts auf rechts und stecken sie an der Rundung zusammen. Das Innenteil falten wir mittig und stecken dieses kurze Stück. Jetzt können wir die Strecken jeweils mit der Overlockmaschine zusammennähen. 3 4 5 5 6 So sehen die Einsätze jetzt aus. Als nächstes stecken wir sie mit den geraden Kanten hier an eine Rundung des Hosenteils, wobei das Außenteil mit der durchgehenden Naht rechts auf rechts auf die Außenseite kommt und das Innenteil mit dem Abnäher rechts auf links auf die Innenseite. Dann stecken wir alle drei Lagen zusammen. Hier im unteren Bereich ziehe ich die Rundung etwas zurecht, sodass alle Lagen bündig liegen. Und jetzt nähen wir die Strecke mit der Overlockmaschine zusammen. Nun ist der Einsatz auf einer Seite angenäht. Hier auf der Außenseite ist das Teil mit der durchgehenden Naht und auf der Innenseite das Teil mit dem Abnäher. Die Nahtzugabe verschwindet dazwischen. Als nächstes klappen wir den Außeneinsatz mit der durchgehenden Naht um und stecken ihn rechts auf rechts an die zweite Rundung des Hosenteils. Dann rollen wir das Hosenteil schön eng zusammen und legen den Inneneinsatz um die Rolle herum und stecken ihn rechts auf links an derselben Kante fest. Das Hosenteil liegt nun also zwischen Außeneinsatz. Alle drei Lagen nähe ich jetzt zusammen. Und dann So sieht das Ganze jetzt aus und nun können wir die Hosenrolle aus dem Inneren herausziehen. Ihr seht, dass auch die Innenseite schön sauber ohne störende Nahtzugaben ist. Als nächstes stecken wir den Zwickel an den Schrittkanten der Hose fest. Dafür wenden wir diese, sodass die linke Stoffseite nun außen liegt. Jetzt nehme ich den Zwickel und stecke die Kante mit drei Knipsen rechts auf rechts hier an die vordere Schrittkante und die Zwickelkante mit einem Knips rechts auf rechts an die hintere Schrittkante. Wenn alles festgesteckt ist, nähe ich die Kanten zusammen. Schrittkante So sieht der eingenähte Zwickel aus. Wenn ihr wollt könnt ihr die Nahtzugaben von außen noch mit einer Zwillingsnadel absteppen, dann ist auf der Innenseite alles schön flach. Im nächsten Schritt nähen wir den Hosenbund und ermitteln zuvor in einer Anprobe die passende Gummibandlänge. Dafür legen wir das Gummiband mit etwas Zug um die Hüfte herum und addieren zur gemessenen Strecke 2 x 1 cm Nahtzugabe dazu. Für die Bundvariante mit breitem, angesetzten Gummi nähe ich dieses nun mit 1 cm Nahtzugabe mit der Nähmaschine zu einem Ring zusammen. Das habe ich hier schon einmal gemacht. Jetzt lege ich die Nahtzugaben auseinander und steppe sie rechts und links noch einmal fest. So sieht das jetzt aus und damit wir den Gummibandring im nächsten Schritt gleichmäßig verteilt an die Hose stecken können, markieren wir sowohl an diesem als auch an der Hose die Viertel und die Achtelabschnitte. So sieht das jetzt aus. So sieht es aus. Wenn alle Klammern positioniert sind, können wir das Gummiband entsprechend an die Hose stecken. Dafür drehe ich das hier einmal um und stecke das Gummiband gleichmäßig verteilt links auf links fest. Die Verbindungsnaht des Gummis kommt an die hintere Mitte der Hose. Das Gummiband ist nun festgesteckt, es liegt auf der linken Stoffseite der Hose und die rechte Seite des Gummibandes schaut nach oben. Nun nähen wir es mit der Nähmaschine an. Dafür habe ich jetzt einen Geradstich mit kleiner Stichlänge eingestellt und eine Stretchnadel eingesetzt. Arbeitet euch schön geduldig von Klammer zu Klammer vor. Mit der rechten Hand wird das Gummiband gedehnt und mit der linken Hand könnt ihr den Stofftransport unterstützen. Der Gummibund ist nun auf der Innenseite angenäht und wird nun im zweiten Arbeitsgang nach außen umgeklappt und knappkantig festgesteppt. Damit hier die Nahtzugabe nicht sichtbar wird, kürzen wir sie zuvor rundherum. So sieht das Ganze jetzt aus. Wenn ich das Gummiband umklappe, ist hier alles schön sauber und nun kann ich es von außen knappkantig feststeppen. Hier ist die erste Naht und die zweite verläuft nun ein bis zwei Millimeter neben der Gummikante. Das Gummiband wird beim Nähen wieder gedehnt, damit alles schön glatt liegt. Das Gummiband ist jetzt rundherum angenäht und wie ihr seht, sowohl von außen als auch von innen richtig schön sauber. Aufgrund der kleinen Stichlänge ist die Naht ausreichend dehnbar. Und jetzt zeige ich euch noch kurz die andere Variante mit klassischem Tunnel und eingezogenem Gummiband. Hierfür habe ich bereits die Stoffkante mit einer Overlocknaht versäubert, sie anschließend 2,5 cm auf die linke Stoffseite umgebügelt, von rechts mit Nadeln festgesteckt und nun nähe ich mit einer Zwillingsnadel einen 2 cm breiten Tunnel. Als Hilfe habe ich ein Stück Klebeband im Abstand von 2 cm zur rechten Nadel aufgeklebt. Hier kann ich jetzt die Stoffkante entlangführen. innen. 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 Etwa drei Zentimeter Vom Anfang beende ich die Naht, damit wir dann durch diese Öffnung das Gummiband einziehen können. So sieht der Tunnel aus und mit einer Sicherheitsnadel ziehe ich nun das zwei Zentimeter breite Gummiband ein. Wenn das Gummiband eingefädelt ist, prüft noch einmal, dass es nicht verdreht ist, steckt dann die Enden mit zwei Zentimetern Überlappung zusammen und verbindet sie mit einer Zickzacknaht. Wenn das passiert ist, können wir das Gummiband versenken und die Öffnung mit der Zwillingsnadel schließen. Das habe ich hier schon einmal gemacht. Zu guter Letzt fehlen jetzt nur noch die Hosensäume. Dafür werden die Kanten zwei Zentimeter auf die linke Stoffseite umgebügelt, von rechts mit Nadeln festgesteckt und dann könnt ihr sie entweder mit einer Cover oder mit einer Zwillingsnaht annähen. Das habe ich hier schon einmal gemacht. Und fertig ist unsere selbstgenähte Boxershorts. Auf jeden Fall viel cooler als eine gekaufte. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachnähen und würde mich riesig freuen über einen Daumen hoch und natürlich wenn ihr meinen Kanal abonniert. Also dann tschüss bis zum nächsten Nähvideo.